In diesem Video möchte ich also ein Menü zur Sprachumschaltung einbauen. Das möchte ich dann hier oben platzieren und das Ganze soll dann eine Auswahlbox sein, also eine Selectbox, in der ich die verschiedenen Sprachen auswählen kann. Alternativ könnte man natürlich auch so ein Flaggenmenü erstellen, aber ich habe mich jetzt in dem Fall für eine Selectbox entschieden. Man könnte so ein Sprachmenü mit Typo3-Bordmitteln auch machen. Es gibt einen Menütyp, der sich Language nennt, aber ich möchte in diesem Video mal eine weitere Extension vorstellen, die ich eigentlich ganz gern für so etwas nutze, denn auch hier sehen wir dann, wie wir die Ausgabe einer Extension und die Templates an ein bestehendes Layout anpassen können. Ich habe mich für dieses Beispiel für die Extension Language Selection entschieden. Der Extension Key ist SR Language Menü und wir sehen auch, diese Extension funktioniert für die eingesetzte Typo3-Version ohne Probleme. Im ersten Schritt müssen wir diese Extension jetzt also installieren. Ich wechsle hierzu in das Backend, in den Erweiterungsmanager, hier in Erweiterungen hinzufügen und suche hier nach dem Extension Key, SR-Language. Das reicht normalerweise schon aus, denn hier werden mir jetzt alle Extensions angezeigt, die diese Zeichenkette im Namen oder im Extension Key haben. Und hier ist meine SR-Language Menu und die werde ich jetzt hier einfach mal installieren. Jetzt sehe ich, dass eine Abhängigkeit aufgelöst werden soll. Das bedeutet, die SR-Language Menu benötigt eine weitere Extension, damit sie korrekt funktioniert. In dem Fall hier die Static Info Tables. Die kann ich jetzt hier gleich mit installieren, indem ich sage Abhängigkeiten auflösen. Und dann werden jetzt eben in dem Fall beide Extensions heruntergeladen und ich erhalte jetzt hier auch eine Erfolgsmeldung. Wie bei vielen Extensions muss ich auch bei der SR-Language Menu ein statisches Template hinzufügen, erhalte ich jetzt eine Fehlermeldung. Das können wir aber ignorieren. Das liegt daran, dass ich vorhin hier eine Seite gelöscht habe. Ich wechsle hier in das Template-Modul auf die Startseite, gehe hier in den Bereich Info und Bearbeiten, vollständigen Template-Datensatz bearbeiten, hier enthält und finde hier zwei statische Typoscript-Templates von SR-Language Menu. Die werde ich jetzt beide durch einen Klick hier in meinem Template hinzufügen. Speichere das und schließe das. Jetzt müssen wir natürlich das Sprachumschaltmenü unserem Template hinzufügen und dazu gibt es mehrere Methoden. Die finden wir beschrieben in der Dokumentation der Extension. Ich bin also hier im Repository und klicke einmal hier auf den Link Extension Manual und hier im Bereich Users Manual sehen wir, dass es mehrere Methoden gibt, so ein Sprachumschaltmenü hinzuzufügen. Wir könnten das Ganze bei Typoscript machen oder über ein Content-Element, aber ich entscheide mich für die Variante über ein Fluid-Widget. Das können wir nämlich direkt in unser Fluid-Template reinschreiben. Wir sehen hier auch, was wir dazu machen müssen. Am Beginn des Templates, also at the top, müssen wir diese Zeile Code einfügen. Hier wird ein sogenannter Namespace der Extension hinzugefügt, damit das Fluid-Template dann eben über diese Angabe auf den Code der Extension sozusagen zugreifen kann. Das heißt, diese Zeile kopiere ich mir jetzt einmal und wechsle hier in meinen Editor. Hinzufügen sollten wir das Ganze in unserer Layout-Datei, also in unserem Resources-Verzeichnis, Private Layouts, unser Default-HTML, denn wir wollen ja das Sprachumschaltmenü nachher bei der Hauptnavigation oben einfügen. Und das wird ja hier im Layout vorgenommen. In der ersten Zeile füge ich jetzt also hier diese Zeile aus der Dokumentation der Extension ein. Über diese Zeile kann ich jetzt das Widget einfügen und hier kann ich ein paar Parameter übergeben. Die sind hier unten eigentlich auch gut erklärt. Hier muss ich die verwendeten Sprachen definieren, die angezeigt werden sollen, also die IDs. Ich kann verschiedene Layouts wählen. Es gibt hier das Flaggen-Layout oder das Select-Layout oder einfache Links, also eine Linkliste. Und ich kann definieren, wie der Language Title ausgegeben werden soll, also was für Wörter für die Sprache sozusagen verwendet werden sollen. Ich habe das schon einmal vorbereitet hier und wir werden das jetzt einfach nach dem See-Object-View-Helper für das Login-Feld hier einfügen. Ich entferne hier die Kommentarzeichen und ich sage hier jetzt eben verwende die Sprachen 0, also Default in dem Fall Deutsch, 1 und 2 für Französisch und als Layout verwende ich die Select-Box. Das speichere ich mal ab soweit. Bevor das Ganze funktioniert, müssen wir noch eine weitere Anpassung im Backend vornehmen. Das hatte ich gerade eben vergessen. Und zwar, wenn wir hier im Template-Modul auf der Startseite einmal in den konstanten Editor wechseln, finden wir hier auch einen neuen Abschnitt für die SR-Language-Menu-Extension. Und hier müssen wir jetzt zwei Parameter anpassen. Wenn wir einmal ein wenig runterscrollen, finden wir hier im Bereich Others den Default Language ISO-Code. Wir müssen hier also den sogenannten ISO-Code der Standardsprache eingeben. In unserem Fall wäre das ja DE für Deutsch. Zusätzlich können wir hier noch ein paar weitere Angaben vornehmen. Wir könnten hier auch nochmal einstellen, welche Bezeichnungen sollen für die Sprachen in den Menüs verwendet werden. Das könnten wir jetzt zwar hier direkt im konstanten Editor vornehmen, aber das würde ja die Angaben wieder in die Datenbank schreiben und das wollen wir ja vermeiden. Deshalb können wir diese Konstanten auch in unsere Constance-Datei auslagern. Auch das habe ich schon einmal vorbereitet. Die Constance TS. Hier hatten wir ja schon mal für die Extension FE-Login etwas hinterlegt. Und hier habe ich schon einen Code-Block vorbereitet für die SR-Language-Menu. Hier muss ich nur die Kommentarzeichen entfernen. Und hier sind genau diese beiden Parameter, die ich gerade genannt habe. Zusätzlich habe ich noch diesen Parameter hier definiert. Der fügt der Selectbox noch eine Hinweismeldung sozusagen hinzu. Bitte wählen, bitte auswählen. Etwas in der Art. Ich speichere das einmal ab. Und wir haben jetzt ja hier schon den Widget View Helper hinzugefügt. Wir haben alle Dateien hochgeladen. Das heißt, wir könnten jetzt einmal testen, was hier passiert. Ich leere einmal alle Caches hier. Und lade dann zum Beispiel mal die Startseite neu. Und wir sehen, hier passiert tatsächlich schon etwas. Wir haben hier eine Ausgabe. Aber das sieht natürlich noch nicht ganz so aus, wie wir das wollen. Denn was jetzt passiert, das hatten wir auch schon beim Frontend-Login hier gesehen. Es wird jetzt einfach das Standard-Template der Extension verwendet. Und das passt vom HTML-Code und von den CSS-Klassen nicht so ganz zu dem, was wir eigentlich wollen. Es würde hier zwar schon fast funktionieren, noch nicht so ganz. Aber im ersten Schritt werden wir jetzt einmal das Template anpassen. Und das funktioniert im Prinzip ähnlich, wie wir es auch bei den Use Extension gemacht haben. Ich wechsle hier mal in den Object Browser. Dann können wir uns einmal anschauen, wo denn die Templates liegen. Hier im Setup, im Object Browser im Bereich Plugin sehe ich die SR-Language-Menu. Wenn wir das einmal aufklappen, haben wir hier den Bereich View und hier haben wir die Template, Root Paths, Partial Root Paths und so weiter. Und auch das ist ein Array. Das heißt, wir können hier genauso wie bei den Use Extension unsere eigenen Templates einfach hinzufügen. Und es gibt hier ein Template für das Select-Feld. Wenn wir uns das mal kurz auf dem Server anschauen, ich habe mich hier mit MOBAX-Term schon mal auf dem Server angemeldet. Und im Verzeichen des TYPO3-CONF-EXT finden wir jetzt unser SR-Language-Menu, Resources, Private, Partials. Und hier haben wir das Select-Feld, die Datei Select HTML. Und die müssen wir jetzt kopieren und anpassen. Ich habe das auch schon mal vorbereitet im Editor. Ich habe hier im Verzeichnis durch Sources Partials eine Datei Select angelegt und habe hier schon mal den angepassten Code hineinkopiert. Das finden Sie natürlich alles in den Zusatzmaterialien. Was ich hier angepasst habe, ist einfach, dass zum Beispiel das Formular für die Select-Box die typischen Bootstrap-Klassen hier bekommt. Ich habe auch den HTML-Code ein klein wenig umgebaut, damit das Ganze eben in unser Bootstrap-Template hineinpasst. Die Datei können wir dann also speichern und hochladen. Und wir müssen jetzt eben nur per TypoScript noch sagen, nutze für Partials eben das Verzeichnis in unserer TYPO3-Trainings-Extension. Und wenn eben das Select-Partial gesucht wird, dann wird es verwendet. Das kann ich zum Beispiel hier in der Datei 0090-Multi-Language hinzufügen. Das habe ich hier unten auch schon mal vorbereitet. Die Angabe ist dann einfach, dass ich hier den Partial-Root-Paths eine neue Zahl hinzufüge, ein neues Array-Element. Ich habe jetzt einfach mal die 100 gewählt und hier gebe ich dann den Pfad zu diesem Verzeichnis an. Wenn wir das jetzt einmal speichern und dann im Backend nochmal den Cache leeren, die Startseite hier neu laden, dann haben wir hier unsere Select-Box. Wir haben jetzt noch einen kleinen Fehler. Hier steht jetzt noch Englisch. Hier sollte eigentlich Deutsch stehen. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass die Reihenfolge im TypoScript noch nicht stimmt. Ich wechsle nochmal in das Backend und gehe mal hier in Info und Bearbeiten. Vollständigen Template-Datensatz bearbeiten. Ja, und ich denke, wir müssen hier die Typo3-Trainings-Extension nach den Definitionen von SL-Language-Menü einbinden, denn ansonsten werden hier unsere Definitionen in unserer Extension durch diese Definition überschrieben. Also wenn wir unsere Extension hier mal an die letzte Stelle setzen, speichere nochmal. Leeren nochmal einmal den Cache. Dann sollte es funktionieren. Jawohl, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier die Sprachwahl und können jetzt auch hier schon zwischen den verschiedenen Sprachen hin und her springen. Was jetzt noch nicht so ganz schick ist, eigentlich möchte ich das hier oben haben. Das ist jetzt ein CSS-Problem. Wahrscheinlich müssten wir hier einfach diese Felder ein wenig kleiner machen. Wir haben hier eine breite, eine automatische Breite. Wenn wir hier mal eine feste Breite vergeben. Ja, da müsste man jetzt eben schauen. Wir könnten jetzt im CSS einfach für das DIV mit der Klasse F E-Login P1 hier die Input-Felder verkleinern. Das werde ich schnell im CSS machen. Ich öffne also in unserem Editor im Verzeichnis durch Sources Public CSS unsere Main CSS und kann hier jetzt ja Anpassungen vornehmen. Das würde sich jetzt auf die F E-Login-Extension beziehen. Dann schreibe ich hier einen Kommentar und die Klasse war ja TX-F E-Login minus P1. Die kann ich mir einfach mal kopieren und da drin die Input-Felder und dafür gebe ich jetzt einfach mal eine feste Breite von vielleicht 6 EM. Speichern wir das. Dann wird das hochgeladen. Einmal den Cache löschen. Neuladen. Das sieht noch nicht so aus, wie ich es wollte. Ja, das greift hier noch nicht. Ich muss hier noch die Klasse Form Control wahrscheinlich hinzufügen. Oder ich kann einfach jetzt mal auf die Schnelle ein Import hier im CSS hinzufügen. Sollte man nicht unbedingt machen, aber jetzt zum Testen sollte es ausreichen. Und jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt sind zwar hier die Felder kleiner, aber das kann man jetzt ja noch bei Bedarf anpassen. Ich kann das ja auch vielleicht mal auf 7 EM, 9 EM vergrößern. Das reicht dann auch immer noch aus. Jetzt nochmal neu laden. Und jetzt sieht das schon ein wenig schicker aus. Das können wir jetzt erst einmal so lassen. Und unsere Sprachumschaltung funktioniert jetzt aber auch. Durch den Parameter hier in den Konstanten AddSelectionListHeader gleich 1 erreiche ich eben, dass hier dieses Sprache wählen erscheint. Würde ich das auf 0 setzen, würde ich hier nur die Sprachen sehen. Das ist jetzt also Geschmackssache, wie man das Ganze möchte. Was wir hier auch sehen, dass dieses Login-Formular momentan nur in Deutsch zur Verfügung steht. Das liegt daran, dass wir die Seite, auf der das Login-Formular liegt und auch das Inhaltselement selber noch gar nicht übersetzt haben. Das heißt, Sie müssten jetzt noch analog zu der Startseite eine Übersetzung der Login-Seite anlegen und dann auch das Inhaltselement noch übersetzen. Und dann taucht das auch im Frontend in den anderen Sprachen auf.